Was können wir denn sonst noch spielen? Was habe ich denn lange nicht mehr gespielt? Oh Gott, Heavy, nein, danke. Komm, wir spielen nochmal, Angie. Heavy, no vampire. Heavy, no vampire. Heavy, not a vampire, not a man. Das war es aber auch gerade hier wirklich. Ich zünde eine Spy an, pust ihn weg und der Scout knallt ihn in der Luft weg. Doch, 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 doch. Jetzt Bye-OK. Was? Wie haben wir das denn gemacht? Ich habe nichts gewusst. Ich bin auch überholt worden. Ich habe Captain Clark getötet. Ja, ich bin nicht mehr letzter. Nee, stimmt. Oh, shit, da stand noch ein Wichser. Ich bin fast nützlich. Jetzt muss ich gegen euch beide. Aber ihr könntet beide rüber wechseln. jetzt nicht mehr jetzt kann warte ich kann zu euch ja mach doch ich mache ich wieder doof sniper oder ich versuche mal ich versuche mal mlg zu sein was ich nicht bin und ich aufgeladen ist auch salami taktik fahren die salami taktik stell dich vor oben hin und sing die ganze zeit ich bin doof ihr müsst tun was ich sag ich heiße doof und der tut was ich sag wir sind dann so verwirrt bleiben stehen volle kalle weggebasht den wolfschen habe ich auch gegrillt richtig sniper habe ich noch länger nicht getan das ist schlimm meinst du richtig professionell so richtig mit einer rifle das ist richtig mit skill und absicht ist ja so in etwa das habe ich noch länger nicht getan wohl und ich bin sogar noch ich war von anfang an noch schlechter da drin war so ein offensiv sniper mit hans nun ich war immer offensiv sniper ich konnte es nie leiden wenn ich immer nur an einem punkt stehe dabei ich wusste dass er nicht großer ist ich habe den spaßding spaßgarten headshot gezogen ich kriege gerade spice wo seid ihr das weiß mit meiner mobilen fritteuse ja das habe ich gesehen das war cool mit meiner britzel löse wieder eingebritzelt weil ich bin ungern so stationär wieder eingebritzelt alter den den sehe ich sogar der der grillt die grellen alle weil ich will dass sie grellen wenn wir brotmachse grellen das ist ja geil einem kuhmärzler du hast ja unendlich munition quasi ja du musst ja nur nachladen aber das kann manchmal auch ziemlich lange dauern ich habe sekundär habe ich hier recht auf die die sohn ja gut dann hast du natürlich wirklich keine munitionsprobleme h diese dass ich gerade eingesetzt und schon wieder eingegrillt ich habe irgendwie eine scheiße die die ihm die ganzen pritzelknarren zu geben die in den kum ist glaube ich mehr geboren und wie so habe ich vor mir ich fühle mich gerade wie so ein stationär geschützt geschwänze saugen was geht ab mit ihr drei spars ja ich bin ja auch gesagt was weiß kill die sterben hier nicht die haben alle diese scheiß wiederbelebungs uhr ok ich spiel pyro ja du spielst pyro ich mach weiter in den kum jetzt alter nee drei drei spars die auf mich losgehen das ist mir ein bisschen zu doof und ich tue was ihr mag was der scheiße man sich als bei in so einem raum verdödel das muss schon blöd sein und jetzt kommt sie noch im doppelpack als pyros und zwar klar gegrillt jetzt schneller die shotgun gezogen als ich aber er hat sowieso nicht zu melden ich habe eine fest meine shotgun ist fest das sind sind bimmel dran keine mun mehr keine was ich hatte keine meine knarren waren leer ich habe wahrscheinlich keine mun mehr das auch keine milch ich habe keine milch ich bin nämlich mann mann ich habe nur heiße ich habe noch ein scout habe ich nur ein wischig damit der das liegt ist bei hat immer sein revo voll ich habe ganz random aus aus dem spastigen spas hat der spastige spas so hier nun hat schon wieder irgendwo ein spy rum ein oder ein rosa schild captain clark will dass wir dass einer medic macht er kann mich mal ich habe keinen bock auf medic ich habe keine lust auf medic ganz einfach geschwänze saugen scheiße der oh mein gott ich habe gastal getötet paf oh shit unter der brücke steht da so ein spy äh spy das zumindest sieht stark nach spy aus oder an einem feigling pyro lord of wales lord der wale sag mal sind ja eigentlich alle bescheuert geworden na wo seid ihr bist du noch da nein nein er ist nicht mehr da alter hier ist voll fett die spy party das ist schlimm i fucking hate spies alter uncool lernt man klar am sandwich essen und das wirst du geröstet was spiel ich denn jetzt sehr gut ich spiel jetzt hier mit kreuzradarmbrust amputator oh Gott grellung ah ich wurde gespied ach gewinnen wir schon wieder ja tatsächlich aus irgendeinem Grund wenn man die ganzen Spice mal killen können oh shit stupid sexy pyro scheiß sexy pflanzt wir müssen nur den Punkt übernehmen da haben wir gewonnen sollte machbar sein wow ey ich habe gerade mit meiner armbrust ein spy so mach weiter so hi hoffentlich bekloppt als meine Methode wir sind so viele facebook Freunde shit man ich will den Punkt einnehmen aber ich komme nicht dazu boah wisst ihr was ich an dieser Map ja richtig hasse wenn du wenn du als spy durch die Tür willst ne diese wir haben echt verkackt wow ja weil wir plötzlich mit 1000 Spice gegen uns vor und wir haben nicht in der Rutschaft gekriegt wow ja ich kam also wenn du als spy durch die kleine Tür willst und wenn dir jemand entgegenkommt du bist automatisch gefickt wir haben drei Demos wow was ja ich bin auch gerade Demos ich bin dein einziges pyro mein Medic da sei an den Nagel gehängt ich bin den Medic an den Nagel gehängt du hast Doktor Haus aufgegeben ich spiele weiter pyro weil wir gerade keinen anderen haben der den Job macht manno das wollte ich glaube mit dem Monopolischen zu lang du willst immer mit dem Monopolischen zu lang holen was mir an diesem Spiel stört ist dass es keinen richtigen Soldier mit Maschine mit so nem Sturmgewehr gibt oder sowas weißt du ach so quasi als Sekundärwaffe ja irgendwie ja allgemein so einfach nur ein dämliches Sturmgewehr und ne Pistole halt stört mich einfach nur bumm weil entweder wenn du ne fette Maschinenkanone hast bist du zu lahm oh Gott wir rennen gerade Reis bei 4 Spice ja ja 4 Spice sind gerade bei uns kämpfen ja ich hab's gesehen ich hab glaub ich hab alle 3 zerledert das sind aber 4 scheiße einer steht noch weil 3 sind von mir rumgetannt und damit hat sich plötzlich einer im Tat ich hab also 3 hab ich gegrillt und da oben hüpft glaube ich der zumindest hier gerade war noch einer ey die sind überall da war jetzt gerade der vierte glaube ich oder? the fuck ich lese den Namen zum ersten Mal und der hat mich dominiert ja Gaston hat mich erwischt Gaston ja Gaston hat mich erwischt äh was spiel mal ne ich spiel noch weiter ach hol es oh wir sind wie Pyro Bros Pyro Bros sollen wir nur 3 Pyros mal vorgehen ich muss doch mal Sprit tanken 3 Pyros äh das hast du gerade auch gerade gar keine Chance die über 3 ist ja gerade maßlos ich hab Gaston gekillt äh scheiße der Dracheladung wo hat er die denn da her? scheiß texanischer Gronkh texanischer Gronkh texanischer Gronkh texanischer Gronkh ich hab mal gekillt ne mich hast du nicht der ist weggelaufen welcher der Spy den du grad gegrillt hast der ist weggelaufen die rennen alle mit scheinen ich bin hinterher also bei mir was ich zuletzt gesehen habe äh war ne ich hab ihn erwischt bist du nicht hast du nicht der kam mir nämlich er kam mir hier gerade entgegen komisch ich hab dann nämlich ein Spy der abgehauen ist den hab ich nicht begreift ja ja der ist unsichtbar geworden und hat sich hier in diesen kleinen Raum verzogen komisch also mir wurde halt tot angeteilt die dämmige Uhr scheiß drauf ob sie hier als tot angezeigt werden halt nochmal in die Richtung drauf echt mal halt lieber nochmal drauf dann weil die rennen alle wirklich ausnahmslos mit dieser scheiß Scheintotuhr rum der hier alle vier der wahrscheinlich nicht verstanden ob wir jetzt auch grad einen viermal hintereinander abfackeln dürfen eben das ist das ist super ätzend das ist das ist ein bisschen op ne ist ein bisschen wie guardian angel nur nervig komm her komm her komm her woher blut ich denn jetzt traurig traurig dann lebe zu kurz gejumped jetzt bist du tot gut milchi da musste ich nicht da konnte ich nicht mal was tun so schnell ja manchmal also 2 ja plus waren auch irgendwo zu erwarten ok du bist normal da ja ich hab das renn noch mehr rum du scheiß Scout oh das hasse ich mal an Scouts ey das sind wir die liebsten ich schreien alle Nasenlangen noch eine Medic und wenn sie brennen dann rennen sie rum wie die gestörten oh shit ich wurde nicht mal gebackstappt ich wurde einfach gestappt eh ich wurde erschossen oh I 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 Das Schlimme ist jetzt ich vermisse das befriedigende Stechen zwischen den Ritten jetzt wo ich weiß wie viele Spice bei denen rumlaufen habe ich absolut null mehr Sniper zu spielen ne das heißt da vergeht ein automatisch sämtliche Lust Sniper zu spielen und schon hier kannst du da auch knicken ja wird ja andauernd gesett der scheiß du arsch den wollte ich killen mal gucken ob der mich bemerkt oder nicht der hat mich nicht bemerkt der hat mich nicht bemerkt Engie Metal Gear Burner das Metal Gear Schrottung ich habe gerade System Engineer sein Leben zerstört sehr gut sehr gut wir rennen einfach über die Zangenbewegung rum und brennen alles nieder ja komm hier hat die auch noch ja Punkt defended wow I'm heavy und ich habe ihn angezündet der rennt weg ja warte warte den kriege ich den kriege ich pass auf hinter dir ist ein Spy ich habe ihn angezündet shit fuck Spassiger Spass hat sich gerettet ich habe einfach gedacht ich kriege den heavy noch ich habe ihn nicht gekriegt der ich habe den Spassigen Spass habe ich dominiert ja ich habe ihn auch dominiert bei mir hat er sich jetzt gerecht weil ich ich habe gehofft das war nicht er aber es war er und dann ja you know ich muss mich ich muss mich immer noch an Spakus an Sparadus rächen Spare da Da versuch Jerry ne da versuch da lauf ich rum ich habe den Spassigen Spass wieder dominiert wie geht das denn er ist Spassig und Spass und da Heheheh ausgebrannt Heheheh Weißt du was ich mache jetzt mal den Baby-Sitter hier auf einen Engine Oh man ausgebrannt ich kriege ich mich nicht gerecht an diesem einen Wichser kann ich glauben Spadagust Spadakus Ja, ich geh mir dir an Spadakuss gerecht. Entweder hängt ihm ein Engie an der Backe oder sonst was. Ja, ich hab Spadakuss ziemlich gut runtergehauen, aber der hat mich an... Oh, Hände! Ich kann nicht aus einer Karone raus. Jetzt hab ich mich an Spadakuss gerecht. Das war es mir wert. Oh, wir haben... I have failed. Nee, hab ich nicht. Das war ein emotionaler Sieg. Naja, mit 47, 35. Ich bin noch ein Plus. Das war definitiv für mich ein emotionaler Sieg. Ich stehe 48, 27. Also noch solide. 18, 28. Das war grauenvoll. Oh, ich gegen euch beide? Scheinbar. Müssteweise anscheinend. Teams mischen? Ja, ich mach einfach mal. Immer. Vielleicht haben sie auch jetzt mal die ganzen Spies einfach mal abgeschoben. Ich hoffe. Die waren echt nervtötend. Also das war wirklich krank, also... Vor allem, wenn es so eine übertriebenen Rudel... Absolut, mal erfolgreich. Yay. Ich hab den sehr jebler. Wetten nicht gegen euch beide? Äh... Ja! Ach, ich konnte noch wechseln. Du konntest noch wechseln? Oh, sehr schön. Ja, ich hab noch eine Stelle gewechselt, bevor ich es wieder verschiebe. Genutzt! Genutzt! Das ist krank! Fick dich, zusammenstellung. Fick dich. Das ist krank! Shit! 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 Oh, Mann! Ich seh's ja, komm, gleich hab ich hier wieder fünf Sniper... äh... Spies hier mir gegenüber. Ähm... Piss dich! Piss dich! Wisch! Getroffen! Widerhalten! Ich hab Jerry Springer abgefackelt! Noch einen erwischt! Wusch! Wusch! Oh, hi! Komm mal her, trau dich das nochmal. Trau dich das nochmal. Dann trau dich das halt nicht nochmal. Geh woanders hin. ich brenne alles nie mehr das ist No-Scope ich habe mit Vomber von No-Scope oh Gott, kesseln wir die gerade hier ein? Alter, das war No-Scope teilweise Vlad No-Scope Vlad No-Scope Vlad No-Scope-Pire Shit egal, er brennt alles brennt Runefire brennt ich habe keine Ziele das ist das langweiligste ich habe doch den Assist abgeräumt dein Leben ist echt langweilig wenn du Sniper spielst, aber dir nichts vor die Flinte oh und dann gibt es solche Momente wo du einfach noch verlast so wie den gerade, der war gut und der andere stand einfach nur da und hat sich gedacht so, yes I am ich glaube ich kriege Besuch, oder? oder auch nicht what? ah! der hat zwar einen Typen mit einem Rückenschmurer weg not the butt after butt after butt ich zöte dich noch an, nur verfickt da, der mich ja scheiße ich habe noch den, ich hätte noch den Verkehrshelfer ach nee, wir behalten erstmal unser Bummschakalaka okay, gut bumm, schakalaka, bumm, schakalaka der Film hat sich auch mal bemerkt der Film, ich war froh den mal wieder geguckt zu haben nein oh, Bodyshot run you fools fuck, ich habe Jerry getötet und wurde getötet geil die Scouts sind mir die Liebsten, ey weißt du Scouts die höchste mobile Einheit, die gibt steht rum und steht rum und guckt okay, da habe ich jetzt geträumt das ist, das liebe ich du bist die schnellste Einheit im fucking Spiel und wir haben vier Sniper man, ist das ein geiles Team Comp ich spiele wieder Scout die Leute nerven und so das kann ich am besten so ein bisschen boah, diese verfickte Raketenwerfer, ey shit, shit dieser Runefire, der ist voll gut ja, ich habe den schon mal angezündet der bringt mich da noch um irgendwie hat der immer Krill-Rakete in dem Moment ich glaube, das ist sein Job, du ja, der irgendwie hatte immer glaube ich da oben who wants to be my Steam Friend boohoo forever alone nobody wie auch immer der hat macht äh, wie auch immer der hat macht der hätte mich gar nicht treffen können und swusch, swusch ja, ich habe ihn zwar teilweise selbst kill weil ich in seinem Gesicht stand und er abgedrückt hat aber es ist ein Kill ich gehe jetzt als Heavy who wants to give me free stuff ich habe jetzt ein Heavy mit einem Messing-Monster oh, warte mal, warte mal, warte mal warte mal warte, was ist in der Base? ich mach dir Medic bis gerade tot ich bin in der Base okay, hau rein bin da die Gustav Messing-Monster das ist mein Lieblingskant meine Lieblingskantung neben der Tomislav warte, ich werde überlegen weil die einfach so derbe Schaden drückt ne gib ihm fette Größe töte aua Medi es stinkstüb runefire und Spanagos sehr gut mach weiter so aua 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 ich lebe steh mich vom ruten zur Wand NEIN ein Kopfschuss ich hab ihn nicht gesehen ich geh da jetzt hin und hau den, Pass auf Bombi egal, vier Kills gemacht hat er da vier Kills ich hau jetzt den Sniper einen in die Fresse Pass auf mit der Säge da waren jetzt drei Scouts und Rune Fire den ich gekillt habe Double Kill ich schieß hier vor den Smaul das auch nein, verfehlt shit, das ist Entry hä, wie geht's zur Front mein Leben wurde zerstört mein Leben mein Leben mein Kleber oh man, aber ich muss sagen es macht auch mal wieder Spaß seit langem ach, fuck warum nur da ich kann da den Punkt ein ich bin beschäftigt weil ich dann hinkomme weißt du, unser Spy äh, ja, Spy unser Pyro steht daneben wie lange braucht er das hab ich bemerkt lange oh shit ach, der spastige Spastard mir immerhin ist das secured egal wir sterben mit Stil ich tanze Konga mhm wir tanzen Konga die ganze Nacht ich hasse eigentlich Konga so ein bisschen du kannst Konga nö, ich habe aber kannst du bei einem Milchen mitmachen bei den Typen da gerade so ich heil weiter Milchi das passt schon also wir haben gerade vierer Kill gemacht ja, das hat funktioniert in LOL ist sowas schon halbwegs beeindruckend halbwegs das ist voll beeindruckend für mich heutzutage allerdings ist es noch kein Pender Milchi ja warum hast du keinen Pender gemacht du Noob weil du ein Pender bist weil du ein Pender bist oh das hast du aber schön gesagt sag's nochmal oh shit ma dick hau dir so ein dumm warte auf, dass ist einer ja, hab's gesehen ne spastige Spast ne spastige Spast der dicke Nachbar oh, der war gut ja, hab ich gesehen wow oh Gott, der sieht alt, alt, alt ich blute ich blute ich hab kaum Munition scheiße ich hab Natascha bekommen halt aus, mein Freund ich bin unterwegs der Doktor ist unterwegs ich brauche nur ich brauche nur eine Munition ich muss mich zurückziehen der Doktor ist da was sind sie denn für ein Doktor Arsch Doktor boah, der spastige Spast der macht mir mal das nach dieser spastige Spast bist du Arschologe das heißt Proktologe das heißt Arsch Doktor ich halt wieder in die ich halt an die Front und die Nerven das heißt Puppertzen Chirurg ach wat Puppertzen Chirurg so lustig Vorsicht, hier ist irgendwo ein Spy ich guck hier hinten der kam an weggerotzt hinter dir okay das war Harry was, das war Harry fire, fire ja gib ihm wieder 10 Schaden okay Problem ist mit dem Messy Monster man ist so super langsam man ist supra langsam hinter uns okay das haben wir ihn gekriegt so I'll be with you or double kill Messy Monster ist so mächtig ne aber ich hab nur noch 4 Schussmüll das ist das Problem alle oh nein er hat mich in die Sentry gestoßen wir haben aber auch kein Spy wisst du was ich werde den Spy ausgraben das wird überhaupt nicht funktionieren du und Spy ja ja Metal Gear Awesome und so hat sein Messer hier daneben geworden zack hat er dir einen Kopfschuss gegeben er war ein anderer kommt okay ich hab neun Kills die Runde gemacht und ich hab die unter dem Geisteskrieg also gekriegt so und zwoosh so ich glaub das ist erstmal genug happy zwoosh wohl ach komm eine Runde ey mal noch halten sie vom Punkt fern gut center okay alles gut okay ich hab die Sentry oder auf jeden Fall die Sentry ist down boah nur feiern den Hohen Sohn ey den töte ich einfach peeks peeks au okay das hat nicht funktioniert das sieht bei Spice immer so einfach aus weißt du das sieht bei anderen immer so leicht aus das Wort bis er seinen Arm hebt dann kannst du Dex bleiben weißt was ich mach mich jetzt auch mal lächerlich du willst auch Spice spielen holen ja are you fucking serious ja sowush und das wird so in die Hose gehen okay der hat mich nicht gesehen gut sowush so wo ist denn der steht da und die Sentry erwischt wo er war ich das haja okay gut das weiß haben wir zwei Nein! Geh Schwänze lutschen! Scheiß Spartakus. Dummer Auslacher Mensch. Ich kann Leute auslachen. Alter, an dir ist voll das Beil vorbeigeflogen. Ich habe schon mal eingekillt, obwohl ich schon verloren hatte. Das war ganz lustig. Ich wurde gespied als Spy. Das zeigt mir, dass ich ein grauenhafter Spy bin. Alter, ich komme hier nicht mal raus, ohne dass ich flamme. Weißt du, ich schaff's immerhin in die gegnerische Basis, aber da hört's dann auch schon auf, weißt du? Ich schaff's nicht mal einen Meter raus, ohne dass ich mich da misshandeln. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr auf Dings. Ich wechsle. Jetzt mach ich Heavy. Lustig ist, wenn du verloren hast und all mit dem Thorn von dem Huntsman Kills. Jetzt mach ich halt. Das hab ich schon mal gemacht, das macht so Laune. Untertitelung.